Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einer neuen Fortnite Season mit Maeve und Zombie, die sind tatsächlich dabei. Oh shit, wir sind jetzt im Bus. Wie schön sieht das Spiel aus? Soll es anders aus? Ich weiß es nicht. Da hast du ein Raumschiff abgestürzt, hallo Leute. Ja. Das ist ne düstere Stimmung einfach. Da hab ich ne Markierung, da muss ich hin. Ah, wir haben halt neue Gebiete hier, ne? Okay, was soll ich denn? Wird zu der Markierung, dann let's go. Oh, okay. Auf zur Markierung, wow. Auf zur Markierung. Beim Ausgang hast du die halbe Welt geleckt. Ja, bei mir auch, okay, gut. Bei mir tatsächlich diesmal nicht so sehr. Halt eher das Übliche. Die neuen Gebiete, die waren alle ganz kurz grau, aber alles andere war da. Und dann wurden die neuen Gebiete geladen irgendwie. Ah. Die waren auch nicht in Cash. Ich hab die alle schon erkundet, so auf der Karte, aber nicht so wirklich, wirklich erkundet. Also so richtig ausgekundschaftet. Ist das ein großes Gefängnis? Ich glaube ja. Hier müsste es auch ein Boss geben mit einer Medaille. Ich hab den Boss aber leider nicht gefunden. Ich hab schon mal versucht, den zu bekämpfen. Emma Frost ist hier. Oh Gott. Emma Frost. Ich bin im Knast gelandet. Hier ist kein Loot. Ich bin im Knast gelandet. Nein, das ist ein Loot, Zombie. Okay. Sehr gut. Ich seh so viele Ste- Ah, Alarm! Ja, ich weiß aber nicht. Ah. Hallo, Emma Frost. Nein, mit dir will ich nicht kämpfen. Warte mal, Emma Frost ist bei dir? Ich bin in Emma gelaufen. Ja. Oh Gott. Au, au, au. Frost zum Teufel. Oh. Yo, Akimbo-Uzis. Okay, ich bin glücklich. Okay. Ich hab jemanden irgendwie down gekriegt. Mich hat auch einer down gekriegt. Hier oben ist Alarm. Oh. Ich hab jemanden down. Ich komm mit der Krone. Ich komm zu dir runter, Fully. Ich hab keine Munition, scheiße. Emma Frost, komm zu mir. Hier, hier ist safe. Hier ist... Fully, du kannst mich gleich aufheben. Okay. Ich bin tot. Oh mein Gott. Ich bin unten, Fully. Nein, oben sind böse Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, da ist Emma Frost. Lass mich in Ruhe. Ahhhh. Ja, komm zu mir. Genau, genau. Links, links, links. Ja. Ah, da hast du. Okay. Ich hoffe, der Alarm ist nichts Schlechtes. Ich hoffe auch nicht. Was geht hier einfach ab, ey? Musik hier auch, ne? Da haben wir komplett im Krieg gelandet. Okay. Ich schlöp mich erstmal ein bisschen voll. Du nimmst auch die Musik auf, Fully? Warte mal, da hast du. Oh Gott, da kommt jemand. Oh komm. Splash, Splash. Oh, das sind NPCs. Ja, hier sind viele NPCs. Und die gehen auch nicht sofort down. Wahrscheinlich, weil du dann als Held spielen kannst, um sie zu töten, oder nicht? Oh, was? Ich hab keine Munition mehr. Ich hab auch nicht wirklich viel Munition. Ich hab aber irgendwie ne goldene Waffe gefunden. Ja, da ist doch ne Shotgun, ne? Ja. Oh, hier ist ja noch was Gutes. Da ist Captain America. Oh, der ist gestorben. Ah, von hinten wird auf den geschossen. Oh mein Gott. Captain America! Rette uns, Captain America. Da ist jemand. Emma Frost schießt immer noch auf uns. Kann Emma Frost mal sich Emma verziehen, bitte? Emma Frost, wir können nicht. Aber von oben. Von oben schaut irgendwer auf mich geschossen. Achtung. Ja. Oh Gott. Komm zu mir in den Raum, oder so. I don't know. Okay. Ah! Warum ist die Junge? Warum macht die so luxuriöses Zimmer direkt neben dem Knast? Äh, ich glaub sie wohnt hier. Schildblase. Ah, du hast ne Schildblase gemacht? Ja. Okay. Oh mein Gott, Tommy, da gibt's ne Hundezimmer. Check ich später aus. Emma Frost kurz mit Maschinenpistolen wegballern. So. Jetzt weg mit dir. Let's go! Und darauf erstmal die Dose. Pep, zieh dich. Warte mal! Der Captain America ist kein Freund! Das ist kein Abissi! Ich dachte, das war ein Bot, der sah so richtig Level-1-Spieler aus. Das meinte ich gerade. Dachte ich auch. Der hat so einen Laser auf dem Kopf gehabt oder so. Der kam so an und hat uns so überrascht. Wir dachten, wir haben's geschafft, ey. Sankoffer hat den Feind unterschätzt. Am Ende hatten wir überlebten. Also, dieses Gefühl von Chaos gibt's nur in Fortnite. Ja. Ey, es war aber wirklich Chaos. Und unter dieser Musik dazu, ja. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Die hat auch noch so richtig gepusht. Aber das war nochmal so ein anderes Chaos, weil wir halt richtig nochmal mit Waffen gespielt haben. Und nicht einfach nur mit Autos. Das mag ich hier gerade. Ja klar, das ist cool. Ich fand die Autos cool am Anfang, aber irgendwie hat's mir das... Permanent war's mir zu viel, ja. Ja, ja. Weil irgendwie ohne war halt schon viel schwerer. Wir haben nicht mal fünf Minuten ausgehalten. Wir sind ja auch Hotspot Deluxe gelandet. Das stimmt. Erste Stelle, wo der Bus drüber ist, bei einer Medaille. Also, da landen ja ja alle dann immer. Stimmt. Ei, 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 ei. So, jetzt können wir nach Dummstadt oder Castle Dumm, wo ihr hinwollt. Ja. Ich glaube, in Castle Dumm und Dummstadt war ich ein bisschen mehr unterwegs als in dem Gefängnis. Scheinbar in dem Gefängnis wollte ich mir immer Frost finden und ich hab sie nicht gefunden. Ich hab sie gefunden nach den ersten zwei Schritten. Mhm. Ich war da aber auch ein bisschen im Verlauf der Runde drin, aber das Medaillensymbol war dort. Aber vielleicht war sie schon tot und die Medaille lag einfach nur irgendwo. Ich hab ja auch keine Ahnung. Hör mal. Oh, hui. Hüpfe da an der Wand mal. Du ziehst dich da so hoch. Jo. Was? Ja, ne? War auch grad sehr verwirrt, dass das geht. Wie hast du das denn jetzt herausgefunden? Ich wollte einfach aus Jux da draufhüpfen und dann hat er sich so hochgezogen. Unbeglichlich immer aus der Map raus. Jetzt haben wir wieder das Neues gefunden. Ich bin nicht aus der Map rausgeglitscht bei dem Einkaufsspiel. Aber du versuchst es. Das mein ich. Ja. So, mir würdest bestimmt in das Gebäude schaffen, nur für die coolen Leute. Naja, dann kannst du Geld jetzt schon bezahlen. Warum liegt der Helm von Galactus? Was ist passiert? Wer ist Galactus? Du scheinst nicht mehr mit... Okay, ich glaub ihr beide kennt euch wahrscheinlich mehr mit Comics und Marvel. Ich hab keine Ahnung wer Galactus ist. Comics nicht. Mit Marvel aber nur so ein bisschen. Wo kam Galactus vor? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der riesengroß ist und diesen Helm auf hat und irgendwie... Ja. Mehr weiß ich eigentlich nicht. Der ist riesengroß. Und er hat einen Helm auf. Dann weiß ich jetzt genauso viel. Der ist riesengroß. Hat einen Helm auf. Der ist riesengroß. Und heißt Galactus. Und heißt Galactus. Weil er so groß ist, heißt er so. Ja. Hier ist Ray Mysterio. Er hat sich weggeportet. Oh, der ist feindlich. Warum lauf ich immer in die Bosse? Den hab ich bei meiner ersten Runde auch gesehen. Und da waren so viele andere Spieler und NPCs. Und einer hat mich dann irgendwann gekillt. Versuchen mal, ob ich hier ne Waffe finde. Dann sprüße ich zu euch. Ein bisschen weiter weg. Auf die exakt selbe Stelle. Warte, nein. Er ist öfter hier. Ja. Na. Ey, Spieler. Beschieß mich. Ja, ich werde auch ges... Nein. 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 Ich hab ne Waffe gefunden. Ich verzähl mich mal ein paar Meter. Es darf nicht einfach so enden. Es darf nicht einfach so enden. Fuck. Shit. Ihr dürft nicht mehr mich irgendwo mit landen lassen. Ich merk schon. Wir sollten vielleicht irgendwo droppen. Wo es ein bisschen safer ist. So, B. Du gewinnst. Ja. Ich bin... Ich war ein bisschen weiter weg. Und da waren dann Spieler. Und der hat mich sofort gekillt. Ja. Mich hat Magneto umgebracht. Ja. Ich hatte erstmal keine Waffe leider. Der hat ausgesucht, als ich gerade im Kampf war. Warte mal. Du bist unsichtbar? Ja. Ich hab grad geguckt, was die Medaille macht. Aber die Medaille macht unsichtbar. Ich hole euch Jungs. Du... Der Typ ist schon tot? Ja. Ich hab ihn tot geschossen. Der kam in meine Tür rein. Der hat nicht so viel ausgehalten. Holy shit. Der wird nie wissen, dass ich ihn jetzt von hinten her schieße. Ich bin sichtbar geworden. Man ist scheinbar nicht cool. Man ist sichtbar. Oh, wie funktioniert das? Hast du Cooldown? Oder... Oder verbraucht? Gute Frage. Eine Medaille, Don. Willst du eine Medaille verbrauchen? Oh, da ist mein Killer. Ich hab ihn gesehen. Oh, das hat er gehört. Joach, man wird sichtbar, wenn man... Äh, man kann nicht schießen. Unsichtbar. Ja, das wär dann ein bisschen zu viel, oder? Das ist wie bei TTT. Das stimmt. Oh mein Gott. Ja, schießt euch gegenseitig tot. Was ein glücklicher Zufall. Und die reden gerade so miteinander. Ich könnte schwören, das war Coco, nicht der andere. Oh Gott. Oh mein Gott, ich hab ihn gegriffen. Was? Nein, der... Was? Was? Was ist passiert? Wieso ist der aufgestanden? Ich hab keine Ahnung. Ach, das ist noch jemand gewesen, der ihn aufgehoben hat. Ah, okay. Der steht einfach auf und der schießt dich. Für mich war der Lackteil vom Boden ist einfach aufgestanden. Ja, ich war auch zu verwirrt. Gar nicht gecheckt, dass die sich zu dritter aufheben. Okay. Jetzt, äh, Castle Doom hab ich gehört. Nächster Hotspot. Die, äh, hab ich alle drei Medaillen mal gehabt. Ja. Ich weiß nicht mal, was die andere gemacht hat von, äh, Frosty Frost. Von Elsa. Ich, ich auch nicht. Ich hatte, äh, einen Endspieler mal gekillt, der hatte drei Medaillen. Aber das war halt der letzte. Also, konnte ich sie nicht testen. Wie auch immer der auf einmal gestorben ist. Ich, der kam aus dem Auto raus und der war dann tot. Oh, aber richtig. So ein Gopel-Movie mit acht, hab Hedelein noch getötet. Jetzt waren wir also bei Elsa und bei Rey Mysterio. Mal gucken, wer wir jetzt sind. Dr. Doom wahrscheinlich, ne? Ich schätze. In Castle Doom? Ich weiß ja nicht. Lass dir schon mal was Gutes einfallen. Und was macht denn... Und sag jetzt nicht einfach nur Dr. Doom oder so. Doch. Mir schreibt jemand vor, wie ich den nenne. Zu welchem Franchise gehört, äh, Doom? Dr. Doom? Dr. Strange? Fantastic Four. Äh, also, Franchise ist Marvel. Ja, okay. Ich meinte eher, welche spezifische Comic-Heldenfigur... Du weißt schon. Ja, aber haben die nicht alle schon miteinander interagiert irgendwie? Irgendwie schon, aber du hast ja da so mehr Verbindung. So ein bisschen, oder? So wie Joker zu Batman gehört. Warte, 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 das ist DC. Weißt du, wenn's in einem Marvel-Film noch nicht vorkam kann, hab ich noch keine Verbindung damit. Okay. Du musst erst abwarten, bis der Dr. Doom-Film kommt. Dann kann ich dir sagen. Das gab noch ein Film. Also, ich glaub, den hab ich bei Fantastic Four, hab ich den, glaub ich, mal gesehen. Aber... Ich, ich glaube auch. Sein Thron ist auch aus einem der Fantastic Four hier gebaut, in dem Schloss. Das hab ich auf Twitter gesehen. Aus einem von denen? Ja, das Ding, der so aus Stein ist. Den hat das so seinen Stuhl gemacht? Ja. Aber der hat es schon so schwer, ja. Ja. Musst du dir auch heute einkaufen gehen für vier Stunden? In dem Film war der immer super traurig, weil er das Ding war. Dann wollte er einen Fahrstuhl einsteigen, der Fahrstuhl ging nicht mehr. Dann musste er die Treppen hochlaufen. Der war immer traurig. Der ist, der ist halt auch aus Stein, ne? Der wiegt schon so ein bisschen was. Ja. Ich, ich hab immer mitgefühlt. Und ja, der war auch vier Stunden bei Nidl. Ich bin hier bei dem Haus. Wie lohnt sich. Wir können theoretisch ja erstmal das Haustuhl looten. Ausnahmsweise kein direkter Hotspot. Meinst du das Haustuhl mit diesem... Ne, das meinst du nicht. Ich hab's nicht geschafft. Ich glaube, ich sei ein bisschen daran vorbeigeflogen. Ja, ich war schon ein bisschen zu weit, als du es gesagt hast. Ich lerne gerade in seinem Schlafzimmer. Oh, Maeve hat den besseren Flug gemacht hier. Okay, ich bin gleich sowas von tot. 20.000 Erfahrungen, alle drei Orte entdeckt zu haben. Sehr schön, gut gemacht Maeve. Ja. Ich mein, die Zeit schon mal bei der Level 2, ne? Oh, hier kommt voll laute Musik vom Geschafft. So richtig heroisch, ne? Ich hab hier ein Gleitersymbol hinter mir. Oh, hier ist so ne riesige Megakiste. Das bin nicht ich. Oh, die Megakiste hat Heldengier. Oh, 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 oh. Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich bin jetzt ein Held. Schau mal, was du da hast. Das hatte kein Heldengier. Was? Wirklich? Ne, das hatte nur Zwillingsmaschinenpistolen und ne Schrotflinte. Oh. Natürlich. Die Heldenkiste, die ich aufmache, hat wieder nix. Also bisher hatte jede Heldenkiste, glaub ich, die ich aufgemacht hab, hatte Heldengier, oder? Heldenkiste? Ja. Oh, da kenn ich ne Heldenkiste. Hat die Cape? Die sind groß, die siehst du. Die siehst du. Also das sind so richtig große Loot-Krates einfach. Was, die Pistole hier? Lol. Die ist lustig. Nehm ich mit. Oh, ich mag die Duel-Pistols. Ich hab so ne einzelne. Ah ja, davon gibt's ja auch eine. Die schießt auch ein bisschen langsamer, ne? Ja. Aber die, glaub ich, macht ziemlich guten Schaden, vor allem bei Headshots. Oh, ich hab Heldengier gefunden. Hier ist ein Gemälde von Dr. Doom. Oh, Leute. Ich hab nen Jedi. Ich hab nen Jedi. Nen Jedi? Ja. Oh, ich hör das Dr. Doom reden. Hier zu ihm, der hat bestimmt Heldengier für mich. Oh, wenn ich jetzt irgendwie zu euch kommen könnte. Besiege Dooms Doombot. Wie Doombot? Warte mal, ich flieg zu euch, ihr seid ja da oben. Zombie, komm mal aus dem Fenster. Ich flieg zu dir. Äh, ja? Hi. Ja. So. Das ist ein... Wo hast du das Jetpack? Äh, ich hab's aus der Kiste gefunden. Aber das ist eines der Heldengiersachen. Ich hab welchen Helden? Ah ja. Achso, ich hab keinen schlimmer. Der eine hat irgendein Geschützer auf der Schulter, was automatisch gezielt und geschossen hat. Das war verrückt. Ja, das ist ein anderes Ding. Und das Beste ist, die kombinieren sich. Uh. Und die musst du dann nur passiv tragen einfach. Da ist der Thron. Und da sitzt der unten, Malf. Ich hab übrigens, äh, Southpacks. Boah. Uh. Dann durch. Guck. Das ist, äh, das ist, äh. Steps. Wollen wir ihn erschießen? Oder wollen wir erstmal die anderen Spiel erledigen? Hier draußen auf dem Gino, ne? Nein, nein, nein. Sollten wir die Spieler erschießen. Warte? Das ist glaube ich ein NPC. Das ist ein NPC. Das ist ein NPC. Wird trotzdem nervig, wenn wir ihn einfach leben lassen. Was ist er denn? Na da! Hat der einen Jetpack? Ich hab einen Jetpack. Ich hab einen Jetpack. Oh, das ist der, das ist der Typ aus Fantastic Four, ne? Ja. Das ist doch frech. Komm, schieß mir in die Hucke weg. Oh, der kickt. Achtung. Ist das ein Kissen oder hat Dr. Doom da raufgeschissen? Vielleicht hat er einfach raufgeschissen. Hinter dir vorliegen? Äh, Maeve, ja. Ja. Erledigt. Doom. Was hast du für Hände aufgehoben, Maeve? Ich gerade testen an jedem Gegner. Uh. Uh, die hab ich noch nicht gesehen. Die sind neu für mich. Äh, du hältst Kondition oder Schild bei Eliminierungen. Uh. Das ist auch nice. Hm. Ja, muss ich ja erstmal Kills machen. Wir kommen noch irgendwer angesteppt? Ja. Dr. Doom's Arcan Handschuhe. Ein Bot. Oh, die Zone kommt. Uiuiui. Oh, shit. Ja, wir sind noch am Rand. Warte, ich muss sie töten. Krieg ich jetzt Schild? Zählt scheinbar nicht. Okay. Oh. Das Level Up klingt aber voll so, wie so Marvel Theme aber die ganze Zeit. Okay. Ja. Okay. Ich frage mich aber wirklich, ob man entscheiden kann, die NPCs zu töten. Also so richtig zu finishen. So für das Hero-Villain-Roleplay-Dingens. Weil vorher war das nie ein Ding. Die waren einfach immer tot. Ach, die konnten nicht finishen? Ja. Oh, ihr könnt übrigens ne Waffe her holen. Ja, ja. Die, die, die kriechen dann immer rum. Habt ihr das nicht gesehen? Ich hab auch nicht mitbekommen. Nö. Müssen wir drauf achten bei NPCs. Die kriechen immer rum. Oh. Kann noch mehr. Die kriechen immer rum. Und du kannst ja entweder da einfach liegen lassen und dann irgendwann kriegst du die Punkte zwar sowieso übertragen. Oder du kannst sie einfach finishen und töten. Haben wir jetzt eigentlich den... Ich muss nochmal kurz zurück zum Thron sein. Ich muss den Thron kaputt machen. Gibt's mehr als eine Heldenkiste? Ja. Oh, Captain Murikas Schild. Und hier ist ne goldene Waffe noch. Oh, Captain America's Schild hatte ich auch schon mal. Das kannst du auch werfen. Und wenn du sprintest, dann sprintest du richtig cool nach vorne mit dem Schild. Und dann stoßt du auch andere Spieler damit um. Ui. Schon nice, ne? Cooler Typ. Boah. Ich fühl mich an die letzte Season erinnert. Oh. Wir müssen langsam abdüsen. Also jetzt wirklich. Der neue Nitro-Trank. Okay, let's go. Der Nitro gibt's gar nicht mehr. Dabei war Nitro tatsächlich ganz cool. Warte mal, vielleicht haben wir wirklich mal ein Auto hier ausnahmsweise. Auto? Da hinten ist ein Auto. Hör mal. Ich shop's nicht weg, Maeve. Ich shop's nicht. Du's mich. Ging nicht. Ui. Aber wir sind eh schon fast aus der Zone, also ist eigentlich egal. Das klingt sehr juicy, das Schild vom Sounddesign. Das gefällt mir. Ja. Ich mag generell die Gegend, die ist voll hübsch. 100 Schaden am Auto. Guter Schild. Mit meiner Double Pistol, ey. Boah. Fangen wir jetzt zum Fußballspielen? Ja. Let's go. Oh. Das gehört einfach. Oh. 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 Die sind weg. Oh. Bah. Ich mache so viel Schaden, wir tippen, es ist alles tot. Ich habe einfach 90 gemacht und es war mal 50 hinterher. Und ich fliege einfach nur ein bisschen rum. Niu, niu. Die haben sich richtig vernichtet, ey. Die haben sich immer dann komplett gelöscht. Kommen einfach so ein paar Wahnsinnige vorbei. Ich bin rausgesprungen, einen abgeschildert, dann den anderen getackelt und dann noch Schild hinterhergeworfen. Einen abgeschildert, oah. Oh, hier ist noch eine Dings, eine Epic Schoddy. Ja, die brauche ich nicht. Wir sind so gut ausgerüstet schon mal. Hm, obwohl ich doch durchaus so dieses Autoschussding noch gerne hätte. Ja, das Autoschussding klingt auch stark. Das ist so stark, weil du kannst dich einem Spiel einfach nicht nähern, du wirst sonst permanent abgeballert. Ja, weißt du, ich habe das auf der Schulter und dann nehme ich mit meinem Schild, ducke mich und blocke. Ja, das geht. Wie gesagt, ich kann das mit dem Jetpack gleichzeitig ausgerüstet haben. Und es gibt noch etwas, was Synergie damit hat. Wir reden nicht über die Drohne, Maeve, okay? Das ist gar nicht so einfach, dass du treffst mit so einem Geschoss, was so absinkt. Ich habe auch dreimal daneben geworfen. Ich habe quasi einen Granatenwerfer. Aber mit Händen. Ich habe gute Waffen. Ich habe gute Waffen. Ja, ich habe eine Epic Shotgun. Ich habe ähm... Und die Hände halt. Du bist die Hände, ja. Du bist die Hände. Du bist die Hände, ja. Du bist die Hände, ja. Die löschen wir jetzt einfach. Hat uns zwar noch nie was gebracht, aber wir nehmen sie mit. Das stimmt. Aber im Solo hat es mir immer was gebracht. Aber das war immer Artemis oder wie die die mitnehmen als Begleiter, ne? Ja, die habe ich aber nicht gefunden. Die gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte gedacht, dass wir so weit fliegen. So, okay, Attacke! Zugriff! Avengers! Zwei sind down! Ihr ist gelöscht. Ähm... Will ich ja mal die Karte mitnehmen? Ich bin ein bisschen voll. Du, du, du! Red Holt's Maeve! Feuerbarger! Die haben das, Jungs, oder? Ich düse die mal ein bisschen ab. Ich warte noch auf Maeve. Da ist ein Maeve. Hi Jungs Hallo So, ich bin auch drin Falls du es noch nötig hast, hier mitzufahren Ich habe nicht unendlich Jetpack Okay Also wir haben einfach ein Jetpack, wir konnten uns unsichtbar machen Letzte Runde Das ist einfach TTT-Aussuchst du jetzt hier im Spiel Ja Den können wir ja nur gewinnen Bis wir gleich wieder komplett overwamed werden In der Situation Kommen wir irgendwelche anderen Leute an Wir haben hier so kaputt gemacht, wie wir die da gerade weg gemacht haben Komm einfach vorbei und wir sterben Ja So, wir müssen irgendwie hoch Ich höre die Schüsse, aber Ich nix erreichen, Gegner Oh, guck mal, da gibt es doch Es gibt noch diese Nitro-Ringe auf jeden Fall Zugriff Avengers Oh nein, es steht falsch Wasser aus Ich habe verpennt, auszusteigen Ist okay, ihr habt schon alle getötet Die Avengers haben zugegriffen Oh mein Gott, das hört bestimmt so dumm aus bei dem Ich stehe so vor ihm und haue einmal mit meiner Spitzhacke zu, weil ich das falsche Ding ausgewählt hatte Wechsle auf die Hände und ballere den mit einem Schuss aus dem Leben Wie viel Schaden machen die Hände? 50 Ah ja Und wenn ich die auf, also diesen Restlicht mache, 90 Mehr Gegner Es sind sogar noch recht viele da Da ist Vegeta Zum Zugriff Vegeta I can fly Du kannst nicht gegen so einen Goku mit dem Avengers-Schild gewinnen Da hinten Da sind noch mehr Ich liebe es, dass es zwischen zwei Gegnern hin und her springen kann, das Schild Oh, das prallt richtig so ab Ja, ja Das prallt dann zwischen den Gegnern aber hin und her Oh mein Gott, wie gut das ist Ich immer große trinke lieber mit als die kleinen Avengers zurück zum Avenger-Mobil Wo ist unser Auto? Sechs Stück Unsere Auto ist weitergefahren, glaube ich Nein, nicht unser Auto Maeve, der Zug ist zurück Ja, der Zug ist wieder da Ich habe ihn leider nur noch nicht erwischt bisher Zugrunde Oh, er fährt gerade aus der Zone raus, okay Oh, da muss ich ja wieder in den Kugel bauen Da müssen wir wieder auch einen Part machen Hier dringend Ein Maeve-Part Irgendwie meine Fortnite-Motivation ist so richtig wieder gestiegen Irgendwie mit dieser Season Ich mag die neuen Dinge sehr Ja Okay, wir sind in der Zone Ja Ja, wir sind safe Aber die erste Runde, letzte Season war ich genauso gehypt Und dann irgendwann Ja gut, aber dann hat man gemerkt, so Oh, shit, die Autos Mein Typ läuft irgendwie nur noch im RP-Walk Was habe ich gedrückt? Ich bin Captain Goku Ich verteidige mein Land, die USA Nein, aber wirklich, was muss ich denken, dass er wieder Sprintet von sich aus Keine Ahnung Keine Ahnung Alt oder so? Ne Was hab ich getan? Du liegst da an dem Stein Moment Ich folge dir Ich hole dich ein Hol dich ein Geh aus dem Weg Oh mein Gott Ich will wieder rennen Du willst so langsam Geh aus dem Weg, Mann Hast du es gerade geschafft? Ne, ich kann halt Sprinten drücken, aber geht man immer ohne Sprinten so langsam? Drückt man nochmal Tab oder so wegen Karte? Vielleicht war das ein Ding? Ne Ah Komisch Oh, es ist Die Taste neben M Den Karte war ein guter Vorschlag, aber Ah Neben M? N? Die rechts daneben Komma Ich komme Ich komme Ja, leider ist es nur zwei Sätze Kannst hier oben draufklettern Kannst du dich da ranhängen Ich glaube oben draufstehen geht Naja, draufstehen geht wirklich So, die Insel ist im Norden Da ist also die Gefahr Vielleicht, ja Mach mal die Mut Ich hab mir ne Medaille auch gesehen Musst du die Mut machen Naja, Moment Ähm Ah shit, ich hab keine Musik Wir stecken wieder aus Nein Mit deinem Bein, guck mal Sehr gut, sehr gut Schießt da jemand? Hast du geschossen, Meck, oder? Ja Hoffentlich Freunde Wo geht's hin? Ich steh erstmal auf die Insel kurz Ah ja, auf die Insel, stimmt Ah, die Medaille ist hier Nordwesten Hab lange Hab lange das hier nicht mehr irgendwie erobert Ja, es gibt bestimmt Season-Herausforderungen oder so Ja, mit sicher Gab's auch letzte Season Mach mich hoch Es gab ja mal diese Metallica-Insel Da war ich auch nie Die Metallica-Insel sah aber so cool aus vom Weiten Ah shit, die Zone Wie viel brauchen wir noch? Ah, ein bisschen Ja, kriegen wir hin Muss ja nur gucken, wo so ein Tra- Ach, hier ist so ein Trampolin Da Können wir gleich springen Ja Gar nicht hier gucken, ob da was Interessantes ist? Oh, ja, ja, eben Blut für euch Wäre ganz gut Komm schon Irgendwas Interessantes? Irgendwie nicht, nein Goodbye Avengers Wir treffen uns dann wieder Ich hab, äh, Softpacks Das hat sich mal nie so gelohnt Die schießen nach euch Von dort Ich bin auf dem Weg zu dir Aber wir gehen da rüber, ja, ja Wir ziehen Leiner Auch wenn sie uns scheinbar verfolgen Woher hab ich das Wir ziehen ab, Sir Ja, ja, die, die verfolgen uns Die wollen auf jeden Fall zu uns Komm her Wo sind die denn? Siehst du auch den goldenen Kreis auf der Karte Auf jeden Fall Ah, da hinten Mit einem Auto Cybertruck Boah, den hab ich aber aus der Zone geschossen Sehr gut Da unten ist der andere Okay, non Wo ist der Letzter? Der hat ein America-Schild Der Letzter hat die Medaille Auf dem Dach Hinter uns Hier sind goldene War-Maschinen Arsenal-Handschuhe Äh Oh ja Ah Das ist Auch ein ganz cooles Hellengier Okay, nehm ich mit Ich hab ne Hellentruhe gefunden Der Letzte mit der Medaille von denen lebt noch Der ist noch bei Oh mein Gott Ich kann Ich kann nicht aus der Zone raus Ich sterb jetzt Weil ich nur vier Apier habe Oh, das ist schlecht Ähm Ich kann nicht werfen Tragen Mit dem? Mit dem? Das ist zu weit, glaube ich Wie weit müssen wir noch? Ja, ich glaube Das ist zu weit Da sterb ich eher Oh, shit Ja, lauf lieber Das ist zu weit zur Zone Ich hab's auch, Packs Hier, ich schweiß dir die Handschuhe hin Bist du schon noch da? Nee, ich renne Okay, renne Ich will mich kurz einmal verbinden Die Zone ist ja ultra weit Hätten wir doch nur früher gewusst, wo die Zone ist Oh, da sind die Schlücken hier Die haben jetzt gerade einen Schlückenflogen Ja, ich seh's, ich seh's Ey, ich bin doch irgendwie in der Zone drin, Jungs So halbwegs Ich renne die ganze Zeit hinterher Ach du Scheiße Dieses Jetpack rettet mir den Arsch Und wie geht's euch so? Äh, Maeve ist tot, glaube ich Und ich bin tot, ja Das haben ja vier Zuschauer Ja, die wollen sehen, was Goku hierher hinkriegt Die Zone tut echt weh Ja Ich hab aber das Auto geschützt irgendwie Das ist ziemlich wild Und ich bin in dem ganz kleinen Kreis hier Ich könnte gucken, dass ich... Die Zone ist so krass Schaffst du das, Zombie? Kommst du raus? Ja, ich muss mich nochmal verbinden Ich kann gerade so in Zeitlupe reinlaufen Bevor sie wahrscheinlich schon wieder weiterzieht Ja, 15 Sekunden Komm her, komm her, komm her Oh, das ist Madkit neben dir links Naja, keine Zeit Äh, nichts zu freuen Geh mal kurz hierhin So Bisschen alles durch vor den... Oh, du kannst den Zug jetzt vor den Zone reinfahren, du Bock hast Äh, Zone, geh weiter Au, au, au Ja, aus der Zone rausfahren, meine ich natürlich Was hab ich hier überhaupt für Ultra? Raketenwerfer Äh, ja, du hast Raketenwerfer und nochmal einen Schuss Ach, Schuss Und ich hab halt jetzt den Jetpack und dieses Autogeschütz Und du kannst alle drei kombinieren Warte, ist das hier grüne Wasser hier? Kriegen wir hier die Dashies? Nee Die grünen Wasser sind nördlich von euch Ja, ja Wobei, da könnte grün sein, so am Rand Oder ist das nur so Türkis von... Ja, ich glaub, das ist nur Türkis Die werden gleich Gegner hinter uns irgendwo sein Ja, das Traurige ist, dass wir nie wieder an Maeve's Karte rankommen werden, ne? Ja, ja, aber ich mein, die Runde ist jetzt eh gleich vorbei Die ist jetzt Ultra-Rare, ja Okay Wir sehen erst die Zone nach rechts, dann weiter geht als nächstes Okay, Rechtsklick macht das Nein, nein Au Ich dachte schon, die erste Rakete ist einfach nicht in die Wand eingeschlagen Linksklick ist Ballern, Rechtsklick ist Raketen, verstehe Ja Vier Spieler Voll das Combat View Ob das auch auf Gegner so lockt? Und dann hast du das hier suche nach Raketen? Mein Ding lockt Siehst du, sucht die ganze Zeit Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, dann geh du scouten Scoute, da oben ist einer Uli, wie kannst du alle daneben schießen? Weiß ich nicht Ich habe alles daneben geschossen Ich sehe ich, Uli, da wird ein Jetpack anfliegen Ein richtig cooler Typ Links daneben, rechts daneben, links daneben, rechts daneben Aber es ist auch schwer zu schießen, wenn man ein Jetpack steuert Wahrscheinlich hätte ich nicht hinfliegen sollen Ja, bei der ist wohl immer alles besser Ja Ich meine, wenn du alle getroffen hättest, wäre ich tot Dann wären die beiden tot Wie viele Leute leben noch? Zwei Und die sind beide dort, wo ich gestorben bin Ach, das sind die? Oh, ii Die laufen da am Rand Ja, ich sehe es Die Rakete wird sie erwischen Oh, die sind echt schnell, die Raketen Ja Oh, die treffen wirklich Oh, du hast ein bisschen Schaden gemacht 25 Schlittschaden Hä, werden die sich gar nicht? Die wissen nicht, was sie tun sollen gegen meine ultimative Macht Oh, oh Oh mein Gott, wird Spiel leckt Ja, bei mir hat es auch gerade geleckt 100 Explosionen ankommen Oi, 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 oi Ja, scheiße, die kämpfen hinter einem Stein Oi, 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 oi Was ist das rote Symbol über mir? Bin ich tot? Äh, nö Es kommt so ein nuklearer Luftschlag Die Tone geht nach hinten rechts Ja, du bist ein bisschen in deinem Vorteil Die sollen pushen, die sollen pushen, ja Ja, die müssen, die kommen jetzt Captain America, let's go Nein, no, komm schon, komm schon Nein, nein Ich habe sie aber beide schon getroffen Du hast so viel Schaden gemacht, ey So knapp, ey Das war stark Oh Oh, so viel Erfahrung Eine Runde geht noch, Leute Ja, klar Einer geht noch Einer geht noch Oh, schau dich das Bild an Es ist so leer Niemand ist mehr da Komplett verlassen Alle im Feierabend Alle im Feierabend Oh Aber lustig, dass als die gepusht haben Einfach mein Spiel auch geruckelt hat Und deins Wahrscheinlich alle, die zugeguckt haben Bei mir ging's, glaub ich Aber bei mir ruckelt's sowieso öfter Also Ich brauch nur den Schild Mehr will ich nicht Es ist mir egal, ob ich einen FPS hab Ja Sehr gute Captain America Hab ich auch nie einen Film von gesehen Wie heißt der Planet von Goku? Äh, Vegeta Der Planet? Ja Der Planet heißt Vegeta Ja Und ja, der Charakter heißt auch Vegeta Ah Und wie heißt der Planet von Vegeta? Dann bin ich Captain Vegeta Was, was ist mech? Wie heißt der Planet von Vegeta? Vegeta Er ist der Prinzess Saiyajin Deswegen haben sie ihn Planeten nach ihm benannt Ich glaub es heißt Vegeta, weil's kurz für Vegetable ist Und die alle nach Gemüse benannt werden Ja, 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 das weiß ich Ja Gehen wir nochmal nach Dummstadt Ah, können wir machen Da oben ist markiert Da war ich noch nicht Das Ding Na, wenn der da ist, dann gehen wir da hin Da ist grau Da ist der gute Penny Ne, der gute Lidl, ne Was warst du nochmal, Maeve? An der Reeperbahn Ist der Penny Und der andere ist der Lidl Wir gehen an die Reeperbahn Dr. Doom geht zu Lidl Ist das Canon? War das Dr. Doom wo hinten? Ich, ich glaube Ja Dennis Lidl Für vier Stunden zu Lidl Wir haben einen Doom Bot getötet Ah ne, das war, das war nicht Das war das Ding, was vier Stunden zu Lidl geht Das Ding ist hier nicht Das ist als Stuhl Als Möbelstück im Schloss da hinten Ach so Ich war gerade verwirrt, was du überhaupt mit das Ding meinst Aber er heißt ja das Ding Heißt der wirklich? Ja Ja, okay Ähm Da rennt jemand auf dich zu, Zombie Oder halt so ein bisschen ausgerufen Ich hab's gehört, aber ich bin aber weggegangen Jetzt hab ich ein Jetpack Oh, jetzt hast du ein Jetpack Ich bin neidisch Das Jetpack war schon cool Wow In TTT mag ich sowas irgendwie gar nicht Aber hier ist das Feeling halt viel cooler Ich hab das Gefühl, dass ich hier besser steuern Chillin, hinter uns noch einer Der ist da in der Bucke Aua Mavecraft ist die Waffe Gottes Ich finde, der ist tot, der ist tot leider Wie landet man das Jetpack? Okay, so Ja, okay Äh, hier oben drin ist einer Okay Chillig Chillig Ein Gegner ist noch ganz weit rechts Maeve könnte vielleicht hinpingen Aua Er ist fast tot Du sollst halt nur nicht auf die Seite laufen Wo der Typ ist, der schießen kann Genau da Du warst Du schaffst das, Maeve, ne? Er kommt näher Achtung, komm ich um die Ecke Da hinten ist er Wir sind heilen, ist das Wir müssen erstmal lernen, was ich kann Vielleicht die Bandagen da rumheben und dich verheilen Ja, so weh ich Wo sind die Bandagen? Da, wo du hingeguckt hast die ganze Zeit Wo sind die Bandagen? So, deine Karte, äh, deine Karte habe ich zu mir, ne? Sehr gut Bin ich gleich noch auf dem Bus, ja Oh, irgendwer wurde neu gestartet Hey, unter dir? Ich weiß mein Name auch Arsch War da nicht jemand unter dir, Fully? Ja Ja, den habe ich doch getroffen Der Maeve hat gerade jemanden getötet, der unter dir rumgelaufen ist Ach, da war noch eine Person Achtung Machst du, Maeve Ich habe nur Baum gesehen, aber Maeve trifft einfach Jawohl Ich bin ja auch Captain America Okay Also, als Alternative Waffe Ab zum Bus Bin unterwegs Ich bin noch so schnell hin mit meinem Schild, ne? Ich bin nicht ganz so schnell Dieses Jetpack ist so super Recharge das automatisch mit Zeit, oder? Ja, ja Ah, ja Zum Beispiel, während ich dich aufgeladen habe, ist es wieder voll geworden Uuuuh Den nehme ich mir Goku ist back Mad Kid oder Softpack oder sowas haben wir hier nicht, ne? Ne Wenn ich das so wüsste Okay Ich habe die Schulter gern Brauchst du Dingens? Äh, Schildtränkel? Ich habe kleine Komm her Äh, da Ja, von mir aus Von mir aus Einer Ich habe noch einen Ach, ich habe jetzt vier Okay Ich brauche die will schon Ah, du brauchst welche? Ich habe welche Mhm Oh, Moment Hier sind die Berries Ah, die haben mich noch nicht geheilt Und Da, bitteschön Zwei Mehr Drei Vier Fünf Sechshundert Ich nehme die mal mit Hoche Gönnung hier Richtig Bist du zurück? Ne Ich habe nur vier Kannst du stacken? Achso Kannst du stacken? Jetzt habe ich sechs Ja, nur stack du mach ich Okay Alle einsteigen Nächster Halt Doktor Doom Let's go! Ich habe gar nicht War so viel Munition Ey Oh Ich sehe da eine Medaille Auf der Minimap Ja, da Da ist schon jemand Mit einer Medaille unterwegs Ja, die haben wahrscheinlich Doktor Doom getötet Immer diese Schwitzigen Würde Sinn machen Aber ich will eigentlich Erst ein Schild finden Bevor ich kämpfe Ein bisschen fast Was für das peste Deck Jetzt hier in die Medaille Hinten oder was? Ja Oh, die schießt uns ab, oder? Äh, ich glaube ja Ich erst mal zu dem Gebäude hier Oh, ey, Gott Die machen diesen Einsatz Den die vorhin gemacht haben Ne, ne Ich habe einen getötet Ja Sehr gut, sehr gut Der mit Jetpack ist tot Oh, Gott Aua, Aua Dein Brottsack hat die gut Eingeballert Aber die sind zu zweit Fuck Ich hätte vielleicht Auch die Shotgun wechseln sollen Ja, gut Ich meine Wir waren einmal zweiter Das war stark Würde ich sagen Ja, wir müssen auf jeden Fall Noch mehr Runden machen Wir müssen mehr machen Die Avengers kommen zurück Macht auf jeden Fall sehr Spaß Ja Danke fürs dabei sein, Jungs Und wir sehen uns dann Beim nächsten Mal, ne Bis dahin Tschö, tschö Tschö, tschö Tschö, tschö Tschö